Das Hotel Halici Holiday Village liegt in Marmaris in türkischer Ägäis. 50% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 24 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,7 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 24 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,4 von 6 Sonnen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein In der Kategorie Hotel Allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,2 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.